Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together 7, äh genau, Human Fall Flat mit der lieben Sireko Mori. Hallo! Ich bin schon durchsinnig da. Und wir sind immer noch hier in diesem Level von Fall Guys. Und wenn schon das Human Fall Flat Level schon so lustig ist, dann wird bestimmt das Originalteil noch weit interessanter. Joa, vielleicht. Ich halte dich mal gut fest, mein Freund. Dankeschön. Entschuldigung. Klappt? Japp. Ah. Gott. Oh Gott. Ja, ganz nach vorne ist erster Checkpoint. Ach, du Schande. Okay. Ja. Oh, Gott sei Dank bin ich jetzt gerade nicht gesprungen. Wack, 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 wack. Wir schaffen das. Nein. Ich bin drüben, ich bin drüben. Schön, hallo. Kannst du mal das Ding hier wieder irgendwie... Ach so, okay. Warte. Hängst du da noch dran? Ja. Aber ich glaube... Nee. Tu doch dein Bein doch mal da... Opa. Leute. Komm schon. Du schaffst sie. Ja. Uff. Jetzt in die Mitte. In die Mitte, in die Mitte, in die Mitte. In die Mitte, in die Mitte, in die Mitte. Wieso? Der sicherste Weg ist die Mitte. Ja. Ah. 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 Wie geht das hier nochmal? Ah, da. Oh. Ah. Aber ich habe da vorne schon das Ende. Schnell, check-e-Pointe. Oh. Was müssen wir hier machen? Hat es jetzt gespeichert? Ja. Ja? Ich habe es nämlich gerade nicht drauf geachtet. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Oh Gott. Das braucht ja ewig, bis das oben ist. Die hätten ruhig den Checkpoint da oben hinsetzen können. Hui! Ja, sie hätten ruhig den Checkpoint da oben hinsetzen können. Ich hätte ja nicht jetzt wieder von vorne anfangen müssen. Ach, du Kacke. Ach, das ist das Final-Ding, ne? Ja. Hey! Oh! Aua! Ich wurde wieder zurückgekickt. Sag mal, bin ich zu doof, jetzt da rüber zu kommen, oder was? Komm schon, schneller! Aua! Aua, au, 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 au. Huuu, tschau! Steh auf, Junge! Steh auf! Hup! Oh. Äh, äh, pfff! Äh! Äh! Huuu! Nein! Oh, wie mies ist das, ey? Das ist echt mies. Das kann eine Weile dauern. Oh, da war mein Knie. Oh, da war mein Knie. Ach Mensch, hat sich ja festgehalten. Jetzt habe ich so souverän die Scheiße hingekriegt und zack. Und nein, ich finde das Spiel nicht scheiße, ich wollte es nur jetzt an den Tag, was ich dazu habe gesehen. Oh, jetzt muss ich mich schon wieder hochziehen. Nein, jetzt, oh Mann, das ist viel zu, die Plattformen sind irgendwie 2 Zentimeter zu weit voneinander entfernt, dass man sich mal festhalten muss und das kostet so viel Zeit, sich immer hochzuziehen. Hm. Let's go. Let's go. Okay. Okay. Wir sind jetzt, was ich jetzt schön machen? Jetzt sind wir auf ihre Zeit Doggerungen, was Sie sich schäuert, um, was Sie schon Nein, leibungs! Es ist ein Mann. Müge. Es ist nicht ... Das war ... Au reine. Ich war ein Mann oder nicht. Oh, dass ihr Mann oder nicht. Leibungs- Ja genau, jetzt fällt dieser Idiot auch noch in der Mitte runter, weil er die Kurve nicht mehr kriegt. Fallen die runter, die Plattform? Hä? Weil die Plattform runter... Ja, die fallen runter. Das wird so nüchst. Spring doch drüber! Winnie! Bitte! Wir kommen nicht mehr bei das erste Hit, denn das ist richtig, Dropper. Ja, ich auch. Weil ich mich ständig festhalten muss. Oh shit! Oh man! Er hat sich wieder nicht richtig festgehalten am Schluss. Oh, wie knapp ist das denn bemessen? Und immer wieder von unten hochfahren, ey. Und das danach dann noch ein zweites Mal. Boah, ey. Yep. Boah, irgendwie hat das gerade voll geruckelt. Patsch. Ach, leck mich doch. Und wieder nach unten. Und... Autsch. Ach, ich glaube hier liegen. Ach man, ey. Jetzt hat mich in letzter Sekunde diese grüne Stange weggeschlagen, bevor ich springen konnte. Ja komm, steh auf. Aber ich denke mal, bei diesen Original-Fallguys kannst du dich wohl wahrscheinlich ein bisschen besser bewegen als wir uns hier jetzt. Äh, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass du einmal runterfällst und dann ist eh Sense. Du darfst also die ganze Zeit über darfst du nicht einmal irgendwie failen. Ich probiere es jetzt auch mal andersrum. Oh, jetzt muss ich warten. Oh, toll. Jetzt knüppelt mich das Ding auch noch um. Ah. Geh drüber. Ja, liebe Leute, ich glaube ab hier können die abschalten und so davor spulen. Aber ich glaube, das wird ja noch die nächsten 20 Minuten so weitergehen. Ah. Ey, wie schnell ist der denn jetzt runtergefallen? Die ganze Zeit hatte ich irgendwie ein, zwei Sekunden Zeit und jetzt gehe ich drauf, springe ich drauf, mache einen Schritt und es fällt direkt runter. Was für ein bescheuertes Timing. Ich habe das Sumpfe Gefühl, wir werden dieses Level nicht beenden. Das glaube ich auch. Weil das einfach so ein beklopptes Timing ist mit diesen Plattformen. Und ewig Geduld habe ich halt auch nicht, wenn ich hier Ewigkeiten 30, 40 Versuche brauche bei einer Station, dann sorry, dann nee. Da habe ich keine Nerven für. Oh, schwitzige Hände habe ich gerade auch wieder. Oh, ja. Langsam wird es echt nervig. Und langsam fängt man auch an, die Musik auf die Eier deswegen zu gehen. Naja, die Musik schockt mich weniger. Wie mir immer einfach von diesen grünen Dingern die Beine weggesäbelt werden. Der muss bestimmt am nächsten Tag voll die blauen Flecken da haben. Wahrscheinlich. Armer Vini, der hat sich dann echt ein Bier fest. Ja, selbst auf dem Rand ist dieses blöde grüne Ding. Ja. Lass dich mal zuerst. Siehst du, und schon wieder, ich bin ganz am Rand gesprungen und schon wieder muss ich mich festhalten. Oh, das sind aber riesige Balken hier. Die grünen Dinger sind unten ein bisschen größer als vor Ihnen. Okay, ich schaff's nicht. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, ich komme gar nicht vorwärts. Wenn ihr das weitersehen wollt, wie es weitergeht, schaut Basira. Ich glaube, ich komme hier nicht weiter. Oh, hoffentlich fällt das nicht runter. Oh Gott. Ich rutsche. Du rutschst. Ich rutsche. Du rutschst. Hui. Boah, das ist aber auch immer nur ganz knapp. Hui. Shit. Hui. Hui. Geschwindigkeit. Checkpoint. Huch. Bei mir stand nix mit Checkpoint. Ich hab den auch nicht richtig erwischt. Jetzt aber. Ich glaube übrigens, das hier ist das Goal. Dann warten wir wenigstens auf mich. Also du musst nur, ja ich bin jetzt durch den Checkpoint gegangen. Nein, nein, du sollst nur auf mich warten. Ach so. Du musst praktisch nur diese zwei Kreise da jetzt noch überwinden und dann ist vorbei. Also das Schwierigste an dieser Station ist wirklich diese Plattform in der Mitte. Das ist so arschknappe Messen. Das, das geht gar nicht. Hä? Hi? Ich seh nix mit Hi. Ja, ich hänge hier an diesem, einen von diesen Dingern fest. Oh. Ich seh leider nix. Hui. 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 Ich muss gerade mal was kicken gehen. Sekundo mundo. Ähm. Oh, aber wie schade ist denn das, dass dieses Spike-Level weg ist. Weißt du, wie ich es geschafft habe? Wie? Mit Schwung vor dem hinteren Teil. Das Ding hat mich sozusagen nach vorne geschossen. Ach ja, geil. Auch nicht schlecht. Ja, ich bin runtergefallen. Oh, nö. Och, nö. Schade. Hi. Hi. Nee, du hast aber auch geschafft. Ja, nur halt. Auf einem etwas anderen Wege, aber du hast es geschafft. Ich will so eine Wutz haben. Dann nimm dir. Gönnt ihr. Da, hier, guck hier, Wutz. Da ist es Wutz. Ich will auch nur Wutz. Ich bin eine Wutz. Die kann man gar nicht nehmen. Nee, nee. Oh, jetzt so. Hallo, guck mal. Ach, als Kopf oder was? Geil. Ich kann das nicht. Ja, du musst dich richtig reinstellen. Nimm dir so ein Stückchen, sondern richtig reinstellen und warten. Spring mal hoch. Ja. Jetzt so. Hui. Hallo. Hallo. Hey, ich sehe nichts mehr. Meine Augen sind hinten. Warte. Lass den Kopf fallen. Du drehst mir gerade meinen Kopf. Yay. Wie das aussieht. Hui. 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 Aber hier gibt es kein Ende, ne? Nee. Mein Wutzkopf. Mein Wutzkopf. Mein Eruch. Mein Eruch. Ach, Menno, jetzt ist er weg. Oh, jetzt ist mein Wutzkopf weg. Aber er ist wieder da. Guck mal. Yay. Quetsch. Oh, guck mal. Es reibt sich an mir. Komm auch noch rein. Guck hier. Äh. Jetzt. Juhu. Schweinekrieg. Ja. Guck mal, jetzt habe ich ihn auch noch verkehrt drum auf hier. Jetzt muss ich mich auf den Kopf stellen. Warte mal, warte mal, warte mal. Lass mal los. Harte mal auf. Ich will mal gucken, ob ich jetzt diesen, meinen Kopf so runterkriege. Warte, ich halte mich fest. Äh. 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 Oh, mein Genick. Mein Genick. Wie das aussieht. Mein Genick. Mein schönes Sparschwein. Ich klemme dem Kopf in der Ritze meines Sparschweins fest. Äh. 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 Ui. Ich will auch mal bei dir ziehen. Äh. Ja. Das hat toll funktioniert. Äh. 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 Misch. Das. Gib. Misch. Das. Äh. 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 Jetzt war ich. Hui. Hui. Ich sehe eigentlich im Grunde nur dieses rosa Sparschwein gerade rumhopsen. Äh. Winnie sehe ich gerade gar nicht mehr oder habe ich gerade gar nicht mehr gesehen. Äh. 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 Daher kam wohl der Begriff Schweinepriester. Ja. Ich bin so tot Du hast gerade beide Du hattest gerade beide auf Guck, ich hab keinen mehr an Hey, nein Geh mit Schweinen fliegen Okay Hallo Warte mal, lass mich auch mal Oh, jetzt ist runtergefallen Jetzt kannst du die da vorne weiter nehmen, ich stimme Guck mal Oh Oh, jetzt ist Runde gefallen Oh, jetzt ist Runde gefallen Oh, Entschuldigung Alle Schweine können fliegen Und ich erst recht Matsch Und nochmal nach unten Ach, verdammt Hat nicht funktioniert Puff So, jetzt sind wir noch bei 22 Minuten Ich denke da Guck mal, die kannst du wieder hoch machen Hä? Die kannst du wieder hoch machen Bei mir ging das gerade Nö Ich bin aggressiv Ich So So Scheiße Egal Uff Das war's dann hier, ne? Ja Das war's für heute mit Human Fall Flat Ich hoffe, dass die Musik jetzt hier bei dem Fall Guys Level nicht so laut war Obwohl, dass ich's leise gemacht hab Ich hoffe, es wäre sonst leider sehr, sehr ärgerlich Ähm Ich entschuldige mich Dafür, wenn es wirklich zu laut sein sollte Ich kann es dann leider nicht mehr nachträglich ändern Deswegen drückt mir die Daumen und hofft mit Dass es nicht so ist Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme mit 7 Days to Die wieder Und hoffe, es macht euch Spaß zwischendurch mal ein bisschen was Witziges, was anderes zu sehen Wenn nicht, ja Pech Dann musst du warten Bis 7 Days wieder weitergeht Bis der Ernst des Lebens wieder weitergeht Genau Bis die Realität wieder folgt Oh Hi Huh? Ich steh mit einem Bein im Grab Ich hab jetzt versucht, das Schild da oben zu kommen, aber er hält sich nicht fest Bini ist K.O. Bini braucht eine Pause jetzt Okay, dann also Tschüss Dann sehen wir uns dann wieder in 7 Days to Die Also Tschüss